hallo zusammen ja jetzt jetzt schon an meiner oberkleidung heute ist mal wieder schöne warme frühlingstag und da kann man es wieder richtig genießen und wir haben fotografierend krachen lassen im wald oder in der natur überhaupt macht jetzt wieder so richtig spaß und heute bin ich auch in einer ganz speziellen mission unterwegs und zwar hat mich ein abonnent von meinem kanal angeschriebenen beim letzten video mit dem gotox mf 12 makro blitzsystem hätte da auch interesse daran das zu kaufen macht aber vorwiegend fokus decken makrobilder und da hat mich jetzt auf die idee gebracht das mal auszuprobieren ob das auch funktioniert focus decking in kombination mit dem gotox mf 12 makro blitz ob der blitz dahinter herkommt und die blitzleistung die gleiche bleibt und die die ausleuchtungsstärke die gleiche bleibt und also solche faktoren ja gut halt beim flitz blitz mit rein bei der geschwindigkeit von focus decking bilderein dann das würde ich gern mit euch zusammen ausprobieren ich bin selber gespannt ich habe es noch nie probiert ob es funktioniert oder nicht und habe auch was ich gekauft habe hier im wald das den pilz habe ich schon mal oder die pilze sind es viel mehr schon mal fotografiert meinen der letzten video ich weiß nicht mehr welches das war aber halt ganz normal fotografiert also schärfe und schärfe von der kleinen pilz familie ohne das motiv ist heute ja mit der leichte prise wo heute geht prädestiniert dazu weil ihr werdet es gleich sehen beim focus decking wieder ja wisst braucht man sollte man zumindest statische motive haben da wo es überhaupt gar keine bewegung stattfindet ja dass das ganze zum schluss dann beim verrechnen zu einem bild auch was wird das ist ja das ziel beim focus decking hat dass man das durchgehend eine schöne schärfe hat scheiß fliegen sind auch schon wieder unterwegs gut ich zeige euch jetzt einmal mein motiv für diejenigen dies das video vielleicht nicht gesehen haben und dann baue ich auf und dann sehen wir uns gleich wieder ja also bleibt dran ich bin jetzt selbst gespannt wie es wird und den pilz oder die kleine pilz familie geht es hier heute die hatte schon mal fotografiert aus der perspektive wie schützer die kamera halt und heute werde ich die aus dieser perspektive fotografieren dass ich schön hier die pilz familie komplett scharf abbilder und ja ich brauche jetzt einmal auf und dann sehen wir uns gleich wieder zum focus decking haben wir dann alles aufgebaut und position gebracht haben wir dann alles aufgebaut und position gebracht und mir ja schon die perspektive auch schon raus gesucht von der kamera und ich führe euch mal dran habe hier das ganze auf dem rollei mini m1 stativ aufgebaut die d850 und das tamro 90 mm und so habe ich jetzt die blitze positioniert einmal den blitz dass er schön von unten her ausleuchteten den hier den von oben dass ich hoffentlich eine homogene ausleuchtung habe und in den blitzen drin habe ich auch wieder die orange farbfolie drin beiden blitzen dem in dem fall um einfache schöne werden wir einfach noch ins bild mit rein zu bringen wird mit folgenden settings arbeiten schauen wir mal was ich da drauf habe der bildschirm spiegelt so von 64 blende von 6,3 aus mir mal raus gesucht und kommen hier auf 1 60 durch die blitze mit der verschlusszeit aber das ist ja durch stativ alles kein problem und werde jetzt hier gerade eine probeaufnahme machen zum scharf stellen beziehungsweise zum scharf stellen das muss ja dann manuell machen für ein blitz weil ich bin ttl modus und wer dann wenn der blitz die entsprechende lichtstärke berechnet hat für das probeaufnahme jetzt hat alles umstellen auf manuell blitz dass ich immer exakt die gleiche lichtstärke von den beiden blitzen habe da drücke ich die tcm taste dann werdet ihr sehen hier wird das ttl schwuppdiwupp in manuell und habe hier eine blitzzeit von einem 32 stel bei beiden blitzen und das lasse ich jetzt auch so stehen da werde ich jetzt nicht darum experimentieren es geht ja einfach jetzt hier in dem versuch darum kommen die blitze dem foto hinterher den eisernen bildern darum geht es mir jetzt hat ja und ich stelle jetzt manuell scharf immer schön leicht so vor mann vor mein erster punkt von meinem nächsten quasi zu meinem objektiv und dann stelle ich die settings 1 für das focus decking und da nehme ich dann wieder mit dazu also bleibt dran ich hoffe es bleibt spannend schauen wir mal was dabei rauskommt kommen wir mal zu den einstellungen so jetzt hat glaube ich sehe das ganz gut also ich werde 30 bilder machen sollte fand den test einfach reichen habe hier eine schritt verlagerung von fünf und intervall bis zum nächsten bild von zwei sekunden das wirklich alles wieder sich beruhigt hat und auch ja dem blitz bilder chance gibt sich zu laden und wieder die gleiche leistung zu bringen soviel zu den aufnahme settings so Ich mache jetzt nochmal eine Reihe dazu, um mit der Kamera das Ganze jetzt von vorne zu filmen, dass man schön die Blitzauslöser sieht, zu dem Auslösergeräusch der Kamera. Ich hoffe, ich schalte das Mikrofon recht nah dran, dass man es hört, dass man schön sieht, dass das alles schön zusammen auslöst. So, Einstellungen verändere ich nicht. Und, go. Das waren jetzt drei Bilder. Ich hoffe, man konnte das Auslösergeräusch von der Kamera schön hören, in Verbindung mit den Blitzen, dass man das schön sieht. Hoffe ich doch. Ich sehe es erst da zu Hause, ob das alles so funktioniert und harmoniert hat. Und ich habe jetzt auch nicht die ganze Familie drauf. Das ist nur zur Zwischeninfo, wenn ihr euch an den Bildern wundert, dass ich die ganze Familie nicht drauf habe. Sondern ich will ja möglichst viel tiefer von der Familie da mit reinbringen. Also in der Schärfe, wohlgemerkt. Und deswegen habe ich jetzt hier nur so einen kleinen Ausschnitt von der Familie gewählt. Ja, vielleicht mache ich noch eine Frontalaufnahme. Das muss man dann sehen, wie ich noch Lust dazu habe. Weil das Ganze ist schon ein bisschen zeitintensiv. Im Sinne von positionieren, einrichten etc. Der Ablauf dann selbst ist ja Sekundensache. Aber halt die Vorarbeit, wie bei so vielem. Je besser man da vorarbeitet, je weniger hat man hin nachher Probleme. Oder umso schöner wird dann das Bild, wenn man es mal so rumdreht. Von meinem Empfinden her. Ich habe da doch noch ein Stack mit der Frontalen drauf gemacht. Und ja, mal sehen, wie es dann daheim aussieht. Mein Hauptaugenmerk liegt heute nicht ganz auf dem Motiv, sondern mehr in dem Versuch. Wie weit tut der Blitz mit der Kameraauslösung beim 2 Sekunden Verzögerung. Die habe ich jetzt ja zumindest eingestellt mit Jahr weiter. Ist eigentlich grundsätzlich, dass halt wirklich keine Erschütterungen in der Kamera sind. Durch den Spiegel oder sonstiges da entstehen. Und da ist mein Hauptaugenmerk heute drauf. Ja. Wie synchron ist der Blitz mit dem Auslöser? Zum einen. Zum anderen. Wie ist die Ausleuchtung? Baut die ab im Laufe der Blitze, weil sie vielleicht schon nicht ganz geladen sind? Ich weiß nicht. So viel habe ich mit dem System nicht gearbeitet. Und drittens bleibt die Ausleuchtung homogen durch eventuelle Blitzleistungsabfall vom System her. Ja. Das sind so meine drei Fragen, die ich mir jetzt stelle, bevor ich die Bilder dann zu Hause gesehen habe. Und die auch den Abonnenten bestimmt interessieren. Ja, ich werde mir noch ein Motiv suchen. Und dann werde ich das Ganze wiederholen. Da braucht ihr ja dann eigentlich nicht dabei sein, weil es ist eigentlich, ja, ist eine Wiederholung. Nur das Motiv ist ein anderes. Und dann bin ich mal zu Hause gespannt. Ich hoffe, vielleicht konnte ich noch mit dem ein oder anderen ein paar Tipps dann oder Infos an die Hand geben über dieses Godox MF-12 Makro Blitzsystem. Jetzt haben wir es ganz aussprochen, um vielleicht ein bisschen besser damit arbeiten zu können oder sich vielleicht für den Kauf zu entscheiden, der gerne Makroblitz, Makrofotografie macht. Mit dem Blitz habe ich es heute. Hei, hei, hei. Ja, da finde ich klasse oder würde ich klasse finden, wenn ich dem ein oder anderen da noch was an die Hand geben konnte. Vielleicht in seiner Entscheidungsfindung oder der, wo es schon hat. Wie gesagt, ich bin mit dem Systembesitzer rundum zufrieden und werde noch einige Makrobilder damit machen. Und ich habe meinen Spaß dabei. Darum geht es letztendlich. Und ich packe jetzt da zusammen und dann suche ich noch ein zweites, richtig statisches Motiv, dass da wirklich ich über die Bildanzahl eine schöne Schärfentiefe dann im Finale Bild drin habe. Das Ganze setze ich dann zusammen in Helikon Focus. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Mit Photoshop arbeite ich nicht. Und in Lightroom geht es ja bekanntlich nicht. Ein anderer Programm habe ich keine dafür. Und ich finde es ein klasse Programm. Da kann man auch schon noch in der, welcher Version ist es? In der Premium Version, glaube ich, ist es mit drin, wo man dann noch die einzelnen Bilder, auch noch Korrekturen drin mit vornehmen kann, bevor man dann die Bilder zusammensetzt aus der Bilderserie. Klasse Programm. Ja, ich packe zusammen und dann sehen wir uns zwischendurch nochmal. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Ich musste feststellen, dass es doch schon relativ spät ist und habe jetzt die zweite Motivsuche verworfen. Weil es gibt heute bei uns erst einmal Spargel in der Saison. Ja, wir sind ein typisches Spargelammergebiet hier bei uns im Ried. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Und meine Frau ist kein Freund von zu spät kommen. Ich aber auch nicht, muss ich gestehen. Und ja, deswegen mache ich mich jetzt auf den Rückweg. Ich habe jetzt auch noch hier einen tote Käfer auf dem Boden gefunden gehabt, auf dem Rückweg. Den habe ich jetzt noch einmal ohne Blitzsystem fotografiert, um einfach nochmal zu zeigen, wie massiv der Unterschied ist. Mit und ohne Blitz. Ja, und vielleicht konnte ich dem einen oder anderen in seiner Entscheidungsfindung noch ein bisschen was beisteuern an Infos für oder gegen das Blitzsystem. Oder für diejenigen, die es haben, vielleicht ein bisschen mehr zu experimentieren. Und könnt ihr mir gerne die Kommentare reinschreiben. Ansonsten bin ich jetzt einmal gespannt auf die Zusammensetzung dann Helikon Focus, was die Pilzbilder da geworden sind mit dem Focus Stacking. Und ja, wenn es gefallen hat, kann ich ja gerne einen Daumen hoch geben, ein Abo und die Glocke, die noch keins haben. Da verpasst ihr keins mehr. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den Bildern und ich schweiß das Spargel essen. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.